Mahlzeit und willkommen bei Hugo's Hobbies. Es geht weiter mit dem Baubericht des 280mm Mörsers BR5 von SHQ Miniatures. Beim letzten Mal haben wir das Modell so zurückgelassen, Tarnmuster zweifarbig, Kaki und Schwarz auf Grün und ein paar Detailbemalungen. Der letzte Baubericht ist eine Weile her und ich habe mich gefragt, wo das Modell die ganze Zeit in der Vitrine stand, wo ist mein Tarnmuster hin? Ich kam zu dem Schluss, der Kontrast ist zu gering. Ich möchte mehr sowas haben wie bei diesem T34 hier. Mehr so ein rot-braun, was halt deutlich stärker kontrastiert zu dem Grün, sodass man das Tarnmuster auch von größerer Distanz ein bisschen besser erkennen, dass das ganze Modell einfach ein bisschen spannender aussieht. Kontraste sind halt wirklich wichtig, um so ein Modell gut aussehen zu lassen. Also der erste Schritt ist mit einer selbstgemischten Farbe, hier seht ihr die Rezeptur, das ganze Modell nochmal zu überpinseln. Also das, was hier jetzt in Kaki bemalt worden ist, dazu trage ich die Farbe unverdünnt auf, wie üblich. Allerdings habe ich den Pinsel relativ gut feucht gehalten, sodass ich jetzt nicht so eine dicke Plempe da auf das Modell schmiere, sondern schon eine gute, flüssige Farbe. Eine 100%ige Deckkraft ist ja jetzt auch gar nicht notwendig, weil wir haben ja schon so einen gewissen Farbton da drunter, den man ganz gut erkennt, also der jetzt vom Farbton her nicht so weit weg ist. Also wenn der ein bisschen durchschimmert hier und da, dann ist das nicht schlimm. Schwierig ist es halt hierbei nur, diesen Tarnmuster so exakt wie möglich zu folgen. Wenn ich ein bisschen über das Grün pinsel, ist das halb so wild. Aber die schwarzen Tarnstreifen, die habe ich ja wirklich sehr, sehr, sehr fein aufgemalt. Und wenn ich da nur ein bisschen irgendwie drüber male, dann ist der ja schon weg. Also da musste ich wirklich vorsichtig zur Rande gehen. Aber ich finde, ja, das Endergebnis von der Überarbeitung des Tarnmusters kann sich sehen lassen. Sieht jetzt noch ein bisschen grell aus, das Rot-Braun natürlich. Ich wollte ja einen starken Kontrast. Aber im Zuge der jetzt langsam beginnenden Alterung des Modells wird das natürlich auch ein bisschen schwächer werden. Als erstes wird weitergearbeitet mit einem Oil Dot Fading. Dafür benutze ich dieses Set hier von Abteilung 502. Das klassische Oil Dot Fading. Man tupft halt einzelne Punkte verschiedener Ölfarben auf, die teilweise auch relativ weit weg sein können von der Farbe, die das Modell tatsächlich hat. Ja, Oil Dot Fading oder Oil Dot Filter könnte man vielleicht auch sagen. Es geht auch so ein bisschen darum, so ein bisschen den Farbton des Modells insgesamt nochmal zu ändern. Und das hat viele Effekte. Je nachdem, was man auch für Farben benutzt. Man kann zum Beispiel eher kalte Farbtöne benutzen, um dem Modell einen kälteren Touch zu geben. Also wenn man irgendwelche Blautöne benutzt oder sowas. Oder halt man benutzt eher so die wärmere Farbpalette, eher so gelblich-rötliche Töne. Gerade bei so quasi-neutralen Farben wie Grau oder Braun, die halt sowohl in Warm als auch in Kalter herkommen, kann man das auch relativ gut machen, ohne mit zu extremen Ölfarben arbeiten zu müssen. Aber das Ganze wird ja auch so sehr verblendet, dass man das hinterher eigentlich nicht mehr wirklich sieht. Also welche Farben da ursprünglich verwendet worden sind. Also selbst würde man jetzt ein grelles Blau nehmen, wenn man das anständig verblendet, dann sieht man das hinterher kaum noch. Ja, damit erzielen wir im Grunde zwei Effekte. Zum einen homogenisieren wir das Modell ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt hier diese drei Tarnfarben und die werden so ein bisschen aneinander angeglichen, dadurch, dass sie alle gleich behandelt werden. Gleichzeitig bringen wir aber auch mehr Abwechslung ins Modell. Also sowohl Homogenisierung als auch mehr Abwechslung. Dadurch, dass die jetzt einfarbigen Flächen dadurch so ein bisschen aufgelockert werden. Ich arbeite wie üblich beim Oil Dot Fading so, dass ich die helleren Farbtöne eher oben verwende und dunklere Farbtöne eher weit unten am Modell, um halt den Lichteinfall wieder so ein bisschen einzufangen. So einen natürlichen Farbverlauf von hell nach dunkel, von oben nach unten über das Modell zu erzeugen. Aber auch nur ganz subtil. Dann wie gesagt das Ganze gut verblenden, was ich wie üblich mit Terpentin-Ersatz mache. Nicht zu gut. Der Pinsel sollte nicht zu nass sein, sonst wäscht man ja die komplette Ölfarbe vom Modell wieder runter. Das soll ja nicht der Fall sein. Da muss man sich so ein bisschen rantasten. Als nächstes folgt dann das Pinwashing. Dafür benutze ich diesmal Emaillefarben von Revell. Denn ich habe ja jetzt schon mit Ölfarben hier das Oil Dot Fading gemacht. Und wenn ich jetzt noch ein Pinwash mit Ölfarben mache, dann kann ich relativ sicher sein, dass das Modell hinterher relativ glänzt. Und so habe ich größere Chancen, dass das Modell dann auch matt bleibt. Einigermaßen. Ansonsten kann ich es ja auch noch mal mattieren. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Aber wenn es von vornherein matt bleibt oder nur so einen maximal ganz leichten Seidenglanz hat, dann ist das in Ordnung. Dann ist das ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin. Ich mag zwar durchaus matte Modelle im Militärmodellbau sehr. Ja, die wirken auch einfach echt gut. Aber ist das so super realistisch? Da müsste man echt mal drüber diskutieren. Wenn man sich so Fotos anguckt, auch von aktuellen Fahrzeugen, hochauflösende Farbfotos oder sowas. So richtig hundertprozentig matt ist so ein Militärfahrzeug ja auch nicht unbedingt. So ein leichter seidenmatter Schimmer ist da schon oft mit drin. Aber das ist letztlich auch eine Geschmackssache. Ja, das Pinwash ist bei einem Modell wie diesem hier, das randvoll ist mit feinsten Nieten, echt sehr aufwendig. Das dauert eine ganze Weile und gerade auch bei so ganz ganz kleinen Nieten, die wie jetzt hier bei diesem Zinnmodell von SHQ auch ein bisschen schwammig sind, nicht so scharfkantig, wie man es vielleicht von hochwertigen Spritzgussbausätzen gewohnt wäre. Da ist das so eine Sache mit dem Verblenden. Aber selbst wenn das nicht so super perfekt gelingt, bin ich immer noch davon überzeugt, dass selbst ein, in Anführungsstrichen, schlechter Pinwash oder ein Wash im Allgemeinen, selbst wenn man ein flächiges Wash aufträgt, ist das immer noch besser als gar kein Wash zu machen. Das verbessert so ein Modell erheblich und trägt wirklich nachhaltig dazu bei, den Gesamteindruck des Modells zu ändern. Übrigens, wie eingangs gezeigt, habe ich hier zwei verschiedene Farben benutzt, einen braunen und einen schwarz, die ich so 50-50 gemischt habe, weil ich bin kein Freund davon, mit einem reinen Schwarz zu waschen. Meiner Meinung nach wirkt das immer so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen zu comichaft vielleicht. Kann man machen, ist auch wieder Geschmackssache. Bin ich, wie gesagt, kein Freund von. Wichtig ist nur, was ich ja auch im Laufe der Zeit gelernt habe, dass man das Ganze abschnittsweise verblenden muss, gerade auch bei der Verwendung von Emalfarben. Bei Ölfarben hat man noch ein bisschen mehr Bearbeitungszeit. Da sind ja schon einige Stunden eigentlich, meiner Erfahrung nach, die man da die Farben nochmal mit Verdünnung anlösen und verblenden kann. Bei Emalfarben ist die Bearbeitungszeit deutlich kürzer, meiner Erfahrung nach. Das Geschütz ist jetzt hier schon mal soweit fertig gewasht. Man sieht schon einen relativ deutlichen Unterschied. Jetzt muss nur noch die Protze ein Wash bekommen. Hier sieht man, was ich auch meine bei dem Geschütze. Es ist schon stellenweise relativ schwarz, das Wash. Da ist wenig Braun mit drin. Also das war eine 50-50 Mischung, aber schwarz ist halt kräftig. Vielleicht hätte ich besser Braun mit ein bisschen Schwarz drin nehmen sollen. Aber es ist okay. Ja, also jetzt nur noch ein Pin-Wash über die Protze. Und dann ist das ganze Ding auch fertig gewasht. Dann kommt noch ein bisschen die Detailbemalung. Also ein paar Details, die ich vorher vergessen hatte, beziehungsweise eigentlich nur ein Detail. Und zwar die Mündung des Geschützes, gerade bei 280 mm. Ja, wir reden hier vom selben Kaliber, das eine K5 Leopold hat. Das ist auch in 1,72, nicht so klein. Das sind so ungefähr 4 mm. Das heißt, die habe ich von innen dann in Schwarz bemalt. Weil die halt natürlich auch nicht so tief ins Rohr hineingeht, bei so einem Zinnmodell gerade. Und habe dann die Ränder nochmal in Gun Metal bemalt. Also von innen quasi das, die Rohrwandung von innen. Und habe auch so ein bisschen mit dem Pinsel über die Kante quasi der Mündung gegangen. Aber das werde ich auch im Nachgang, ganz zum Schluss nochmal mit dem Bleistift nachbessern. Ja, und das war es dann auch an dieser Stelle mit dem dritten Baubericht. Wie ich finde, hat sich in dieser kurzen Zeit schon relativ viel getan an dem Modell. Man könnte es jetzt theoretisch schon fast so lassen. Die Ketten gefallen mir noch nicht ganz. Man hat jetzt hier halt quasi den Zustand Fabrikneues Modell. So, mehr oder weniger. Fabrikneues Geschütz. Sieht schon wieder mehr nach Modell aus als nach Spielzeug. Allerdings fehlt halt noch die tatsächliche eigentliche Alterung. Es fehlen Lackabplatzer, es fehlt Staub und Schlamm. Gerade bei diesem Kettenfahrwerk kann man auch ganz schön mit Schlamm spielen. Also das ist so das, was euch im nächsten Video erwartet. Da beginnt dann die eigentliche Alterung. Wie immer, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf Leute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.